und zwar, ne Jo Leute was geht der Dodo am Start und heute würde ich mal sagen machen wir eine kleine Erdnusssoße mit Nudeln, Spaghetti ich habe keine Ahnung ob das so zusammenpasst aber ich lass mich überraschen hier ist schon Wasser aufgesetzt und wir machen jetzt die Soße kommt mal hin wir nehmen erst mal Erdnussbutter ich habe jetzt hier so Erdnusscreme aber ist eigentlich egal so glaube ich und zwar machen wir da jetzt einfach mal einen großzügigen Löffel, der ist ganz schön großzügig ein bisschen nach und lösen dann kommt hier anderthalb Löffel Esslöffel Sojasauce dann nehmen wir drei Esslöffel Limettensack und jetzt kommt noch ein Esslöffel Agarben dick und jetzt wird das Ganze zu einer cremigen Sauce gerührt so und jetzt seht ihr ja schon es ist noch relativ dickflüssig und jetzt wird einfach noch Wasser dazu gegeben und untergerührt bis die gewünschte Flüssigkeit erreicht die Nudeln sind jetzt gut ich habe ganz schön wenig gemacht und jetzt kommt unsere Soße rüber vielleicht es reicht doch besser dazu ne sieben man kann es machen aber es ist nicht zu besser haut da rein bis zum nächsten Mal